In vielen Grossstädten auf der Welt brauche ich eine Stunde vom Flughafen bis ins Hotel in die Innenstadt. Von Zürich Flughafen hier in Ostfitz ist es auch gerade eine Stunde. Und ich bin in einer völlig anderen Welt mit Bergen, an einem wunderschönen See und weiten Landschaften im Thurgau, die sich hervorragend eignen, zum Beispiel zum Beispiel Velo fahren oder wandern zu gehen. Jetzt ist es wichtig, dass sich diese vielfältige Region auch als Einheit präsentiert. Dass man nicht einzelne Sehenswürdigkeiten wie den Sentis oder den Bordensee im Vordergrund stellt, sondern dass man die Vielfalt dem Gast präsentiert und die Abwechslung und die Möglichkeiten, die man hat. Bei uns in der Werbebranche haben wir viele Partner, die andere als Konkurrenten bezeichnen würden. Aber schlussendlich können wir so dem Kunden das Bestmögliche Produkte liefern. Gerade in der Tourismusbranche sind die Werbemittel immer sehr beschränkt, die Budget sind knapp. Und darum können wir mit einer guten Zusammenarbeit denken, die knappen Werbemittel viel effizienter und optimaler einsetzen. Der Wirtschaftsraum Ostschweiz ist attraktiv und verfügt über Potenzial, besonders im Bereich Tourismus. Im Fokus liegt eine ganzheitliche, regionenübergreifende Vermarktungsstrategie, verbunden mit einer professionellen Umsetzung. Die Politik muss grundlegend dafür liefern. In unserer Käserei verarbeiten wir ca. 3 Millionen Kilo Milch pro Jahr. Wir vermarkten unseren Käse national, international und vor allem in der Region Bodensee. Der Tourismus hat für uns eine sehr grosse Bedeutung. Bei uns werden gerne feine Stücke Käse eingekauft, mit Hause genommen und an den Liebsten verschenkt. Sehr gut. Untertitelung. BR 2018